Treffen der PS-Legenden im norditalienischen Molveno. Bereits zum 14. Mal geht die ADAC Trentino Classic an den Start. Bei vier Wandertouren erkunden über 100 historische und klassische Traumwagen die Region Trentino. Die Trentino Classic ist deswegen etwas Besonderes, weil wir hier eine wunderbare Ansammlung von besonderen Fahrzeugen haben mit sehr, sehr netten Teilnehmern, die hier einfach nur das Leben und die Autos und die Gegend genießen können. Vor dem Start zum Prolog durchlaufen die edlen Fahrzeuge noch den Straßentauglichkeitscheck der DEKRA. Bei der technischen Abnahme kontrollieren die Kollegen von der DEKRA die technische Zulässigkeit der Fahrzeuge, damit wir sicher gehen können, dass die Teilnehmer die Tour auch ohne Probleme abdurvieren können. Auf der 42 Kilometer Etappe wandern die Oldtimer durch kleine Orte inmitten der Dolomiten. Frei sein, Spaß haben, genießen. Wunderbare Serpentinen. Mit einem italienischen Auto in meiner Landschaft fahre ich in Wunderbar. Die passt nach Italien, Bella Machina. Eine wirklich schöne Tour und ich glaube auch, dass diese große Familie wieder ein schönes Familientreffen erleben wird in diesem Jahr. Ein spannender Auftakt zur ADAC Trentino Classic 2017.